servus liebe world of warcraft freunde und willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute mit einem kleinen hotfix der letzte nacht unserer zeit oder gestern abend unserer zeit von blizzard eingespielt wurde und zwar betrifft es das quest system zukünftig werden wichtige quests noch besser in eurem ja display hat display wie auch immer gekennzeichnet oder in eurem interface besser gesagt damit ihr die wichtigsten sachen auch garantiert nicht verpasst wie das ganze jetzt aussieht wie es zukünftig aussieht das gucken wir uns dann gemeinsam mal an wenn euch das video gefällt lasten like und abo da würde mich sehr freuen und damit rein ins video aktuell ist es so beziehungsweise hat blizzard ist schon so gemacht dass ihr in eurem interface standardmäßig so die regulären quests angezeigt bekommt hier rechts an der seite wenn ihr jetzt wichtige quests bekommt beispielsweise hier aus der kampagne werden die ähnlich wie das hier in dieser übersicht im quest log ist wenn ihr l drückt gesondert angezeigt auch hier oben ja die stehen dann quasi über diesen normalen quests und geben euch aufschluss darüber ich habe weil sie nicht schon den und den fortschritt gemacht und das und das muss ich noch das gehört dazu neu ist auch dass zum beispiel hier dieses ausklappbare berufungen das war sonst wenn ich mich recht entsinne nagelt mich nicht darauf fest kurz zeitgedächtnis und so war aber auch er hier unten aufgeführt als ganz normale quest also hier gibt es auch optisch definitiv eine änderung so dass ihr seht wozu gehört denn jetzt eigentlich dieses schließt drei welt quest in mal praxis ab das ganze ist also noch übersichtlicher gestaltet und soll den spielern dabei helfen besser herausfiltern zu können welche quest sind jetzt wichtig wofür mache ich hier was überhaupt und was bringt mir das ganze also dann mit dem neuen id reset werdet ihr dann auch wieder hier alle quests der kiriana kampagne hier drunter gelistet sehen oder jeden jedenfalls des pakts den ihr gewählt habt also das ganze ist dann wirklich strikt nach wichtigkeit geordnet die meldung zu diesem ganzen system kam mal wieder von wow hat das ganze vor 17 stunden und das war unserer zeit jetzt wo ich das video aufnehmen ungefähr 21 uhr so in dem dreh und da stehen wir noch mal blizzard has pushed a hotfix that moves many important weekly quests from normal positions in your quest log all the way up together with campaign quests also blizzard hat einen hotfix eingespielt der viele wichtige wöchentliche quests aus der normalen position die wir eben gesehen haben rechts im spiel an der seite oder im quest log diese unten aufgeführten ganz am ende des logs from normal positions in your quest log all the way up together with campaign quests und das war das was wir beispielsweise gesehen haben mit den berufungen diese tauchen jetzt als eigener menüpunkt oben im quest log direkt unter der kiriana kampagne in meinem fall auf und sind so einfach noch präsenter blizzard hat previously mentioned to be working on such a hotfix and now it is live also blizzard hat schon mal vorher gesagt dass sie an so einem hotfix arbeiten jetzt ist der live das ganze werdet ihr wahrscheinlich auch gar nicht mitbekommen haben da es keine downtime gab und auch keine notification beim einloggen aber es ist live und sollte jetzt für jeden spieler verfügbar sein wenn ihr euch das nächste mal im spiel einlog beziehungsweise gehe ich nicht davon aus dass zum jetzigen zeitpunkt jemand seit gestern abend weil sie nicht um 17 uhr online ist und sich nicht ein aus ein und ausgelockt hat und davon nicht profitiert currently weekly quest from your covenant sanctum are showing up with this new highlight also ab sofort tauchen die weekly quest von eurem pakt sanctum mit dieser neuen ja mit dieser neuen markierungen mit dieser neuen aufteilung auf und zum abschluss sehen wir noch mal zwei bilder wie das zukünftig aussehen soll hier haben wir jetzt mal den bildschirm wenn beispielsweise ein kapitel schon mal abgeschlossen ist das steht dann irgendwie 9 17 to continue the campaign heißt macht das und das wie es bei eben mir eben auch war wenn ihr neues kapitel freischalten wollt müsst ihr so und so viel ruhm erreichen aber gleichzeitig hat man noch die quest beispielsweise die seelen sammeln hat jetzt nichts mit der kampagne selbst zu tun aber ist wichtig damit ihr diesen ruhm bekommt und dementsprechend auch das ziemlich präsent oben auf und dasselbe sehen wir hier bei der bei diesem beispiel aus der wenn tier kampagne wo auch sachen wie rette die seelen und so weiter gemeinsam mit den quests der eigentlichen kampagne oben im questlog auftauchen ich finde das ganze ist eine ganz gute änderung somit noch besser sich ersichtlich was man zu tun hat was man tun sollte oder was zumindest wichtiger ist zu tun um in der kampagne und so weiter fortzuschreiten und ich denke auch gerade für neue spieler ist es eine erleichterung den meisten wäre es vielleicht so wahrscheinlich gar nicht aufgefallen aber ich denke schritte in richtung bessere usability sind eigentlich nie verkehrt ich hoffe das video hat euch gefallen dieser kleine mini hotfix wenn dem so ist lasst ein like und ein abo da ansonsten bedanke ich mich fürs zusehen schaut auch beim nächsten mal wieder rein bleibt gesund und reingehauen so 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 Vielen Dank.